Hey Leute, ich bin's wieder, euer Sparricks. Ja, mal wieder eine kleine Ankündigung. Und zwar geht es um mein Zelda Let's Play. Denn ich denke, ich werde es abbrechen. Schade aber auch, aber es ist einfach, weiß nicht, es ist für mich im Moment echt langweilig. Tut mir leid für die Leute, denen es gefallen hat, aber ich habe auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr schönen Ersatz gefunden. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade an meinem Gesichtsausdruck, an meiner Stimme, dass ich es ist, es mag vielleicht aussehen wie Unlust oder sonst was, aber es ist im Grunde eigentlich wirklich nur Angst. Ich habe echt Angst, das Spiel zu spielen. Und ich meine, ernsthaft, ihr wisst nicht, worauf ich mich da einlasse. Vergesst Imnesia, vergesst Dead Space, vergesst jeden anderen Horror-Shooter, den ihr kennt, vergesst Fear, Doom, whatever. Aber dieses Spiel, was ich letztes Playen werde, das fickt mich richtig. Es ist, ich weiß es nicht, es wird wieder, es wird wieder, nein, es wird wahrscheinlich ein etwas anderes Let's Play von mir. Und zwar seriöser. Vielleicht ein klein bisschen von meinem Touch drinnen, aber ich denke mal, dass ich es irgendwann nicht unterbringen kann, weil ich habe echt Panik vor dem Game. Also, ich freue mich echt jedes Mal, wenn ich ein bisschen aufatmen kann. Und dazu kommt noch, dass ich das Ganze dann halt auch noch im Dunkeln rotzen werde, um das perfekte Feeling aufzuschaffen. Und ja, ihr wisst halt einfach nicht, worauf ich mich einlasse. Also Leute, wirklich, es ist das Game, davor habe ich wirklich Respekt. Also das fickt mich wirklich. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, einstellen, könnt euch darauf echt schon mal freuen. Also, es wird krass. Es wird echt krass. Puh. 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 Puh.